Herzlich Willkommen zurück zu Anno 2205 und der kleinen, aber feinen Tundra. Ja, wir sind hier noch so ein bisschen am Ausbauen, ein bisschen am Gucken, dass wir hier auch so ein bisschen vorwärts kommen. Wir wollen ja die Einwohnerzahlen ein bisschen vorwärts treiben. Aber so wie das bislang eigentlich aussieht, sieht das ganz gut aus. So, das hätten wir. Ein bisschen Moos bräuchten wir. Ja, müsste eigentlich passen. Geht sogar noch ein bisschen zurück. Nein! Jetzt aber. Ach, Mensch. Na gut, setzen wir den doch noch ein tiefer. Wir haben ja eh zu viel Kohle, also von daher. Achso, Limit erreicht. Sehr schön. Das hätten wir. Jetzt bräuchten wir rein theoretisch. Rein theoretisch. Das Biotikzentrum. Nanochips und die Synthzellen. Ja. Joa. Okay, doch hochgehend. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Aber eventuell reicht das auch. Der braucht jetzt nur noch die Synthzellen. Haben wir da nicht irgendwie in der gemäßigten Region mehr als genug? Achtzehn. Machen wir sechzehn draus. Krass. Ja, 38, so. Wolfram bräuchten wir denn noch? Ja. Ja. Aber ich glaube, doch hier haben wir noch Minenplatz. Neue Gebäudearten verfügbar. Ja, eine Mine werden wir trotzdem wohl noch brauchen. Ja, da kommen wir aber noch nicht an. Ne. Die restlichen Bergbauplätze sind alle belegt. Huch. Naja, aber Wolfram ist ja auch jetzt nicht so das Problem, denke ich mal. Wenn ich die abschalte, reicht das auch noch. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch Winterparkers. Ah ja, und da haben wir das denn. Da brauchen wir die Moschus-Ochsen und natürlich Flax-Plantage. Nein, das ist so großartiger. Ekelhaft von der Größe. Dann machen wir das nämlich so. Und da brauchen wir jetzt noch die Fasern. Und die Moschus-Ochsen. Warentransport verzögert sich. Ursache Transporterknappheit. Das ist ja richtig blöd. Ach, eine reicht. Eine reicht. Und dann noch die Flaxfasern. Aber das machen wir anders. Machen wir so. Keine Gefahr des Versinkungs mehr. So. Das dürfte es gewesen sein. Das passt. Na gut. Konserven holen wir uns noch mal eine. Dann können wir im nächsten Schritt eigentlich mal anfangen hier so ein bisschen auszubauen. Gut. 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 Die Parkers noch mal. und die wollen wir dann sowieso upgraden, sobald wir den Platz eigentlich haben.